Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu einer Runde GTA 5 Ja und wir haben hier ein Bullet, was auch immer, ist auf jeden Fall geklaut Hahahaha, bevor ich es nochmal gesagt habe So, jetzt fangen wir gleich Bordsteinschwald Kleinen über den Haufen Schül So, wir begeben uns auf Tour So, wir suchen uns natürlich wieder Opfer So 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 Das ist alles wunderbar So 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 Scheiße, den hat es voll aus dem Auto gewichst. Ich krieg die Krise. Den hat es voll aus dem Auto gekaut. Ich krieg die Krise. Ja, hallo, was ist jetzt los? Jetzt bin ich kaputt, oder? Ist ja geil. Was ein Crash. Habt ihr das gesehen, Jungs? Oh, cool. Wie war denn das mit dem Rennen? So wie ich wie, ne? Na ja, genau. So, wie ging das mit dem Schlager? Ah ja, genau. Oh, was ist das mit dem Rennenpfosten? Komm her, du! Was ist das mit dem Rennenpfosten? Was ist das mit dem Rennenpfosten? Oh, voll ins Gesicht! Oh, heilige Gott, ey, was bist du für ein Freak? Wie war denn das, dass ich mir denn eine Knarre rausholen wie bei der Automatik? Ah ja, genau. Schnell mal hier. Wie geht denn das? Da? Wie muss doch das funktionieren? Ich schmal dich auf der Lunge. Wir laufen jetzt mal eine Runde amok. Ich konnte doch der irgendwie schneller laufen. Das gibt es doch gar nicht. Ah, so funktioniert. So. Oh, die Zei. Sieht doch ganz lustig aus, die Karte. Die schnappen wir uns mal. Mach mal raus, Bobby. Eigentlich müsste jetzt doch die Polizei in die Schommel kommen, oder? Was ist das für eine hundsmiserable Karre? Vielleicht kommt ja die Polizei dann ein bisschen mehr schon. Die Polizei, die Polizei, die Polizei, die Polizei hat. Juhu! Der hat doppelte Saldo gedreht. Ey, was ist denn das für scheiße Auto? Ey, was ist mit der Polizei? Hallo? Ey, was ist doch mit dieser Karre los, oder? Ich kann überhaupt nicht mehr gescheiten Lenker, ey. Was ist denn das für ein Dreckskarre? Ich versteck mit der Karre. Scheiße, was soll denn der Mist, ey? Ach, der ist in der Mauer, der sieht mir ja nichts. Oh, ich hab Polizei. So kann ich hier nicht raus, verdammt. Ja, endlich! Wo bleibt der denn, hier Bube? Da geht ja langsam rein, der ist in der Gube! Oh, oh! Geil, wenn ich nur was sehen will. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ich hab doch sowieso nichts. Ich hab doch sowieso nichts. Ich hab doch doch die Scheiße, ey. Was ist denn das mit dem Scheißbild hier? Oh, oh! Ich hab doch gar nicht, wo ich sie fand. Wenn ich nur was sehen will. Ey, das ist ja echt eine hundsmiserable Karre. Ach, die Polizei, die kann doch nix. Die können nix. Junge, mach dich vom Acker! Ui! 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 Hohohoho! Scheiße! Ey, was wollt ihr hier überhaupt von mir? Ihr kriegt mich doch sowieso auch nicht! Guck mal, dem hängen die Stoßstange weg! Das ist ja geil! Ich guck mal, ein neues Auto gebrochen habe. Das ist echt scheiße. Oh, ich bin schon bei zwei Sterne. Was heißt zwei Sterne? Jaaaa! Ey, was ist denn das von ne lahmarschige Karre, ey! Och, die dampft schon. Also ich glaub, die Karre macht's nimmer lang. Ich glaub nicht, mit welchem Hummel rauszufahren und nimmer ne neue Karre suchen. Und dann fahr mal nimmer raus. Den Oligmeer, den Oligmeer! Jaaaa! Jaaaa! Scheiße, was?! Mist! Mist! Mist, oder? Ja, was ist denn mit der Polizei? Wie viel Flachschiff? Ja, ich muss denn da wieder entgegenfahren, dass ihm der Mund nicht die Chance hat. Ach, der große Bauer! Ey, der fährt nur noch auf den Fälscher. Kein Wunder, dass das... Geisterfahrer unterwegs! Hehehehh! Hehehee! Oh immediate ...- ... Ja genau, resolved はチ εkg Hau ab du Sack, dass была mijn Straße Naja Ahhhh das Spiel ist so krank Ich brauche eine neue Fahrerbarung, dass er zeigt, der fährt jetzt gar nichts mehr hin. Das ist ja keinerseits der Fall. Hi Schnecke! Das ist doch mal Auto! Schön! Wunderbar! Was für die für Scheißmusik im Auto hier! Kann ja wohl nicht angehen hier! So, jetzt! Oh, das ist doch mal der Auto hier! Juhu! Wo sind die Pollen? Worteabkürzung nach Verlück! Also die Grafik zieht unheimlich schlecht nach, habe ich schon gemerkt! Hey verdammt! Was ist denn da? Hallo! Also komm! Das Auto wird in die Einzelteile zerlegt! Oh! Ich treffe nicht! Ich glaub's ja nicht eben! Oh! 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 Oiii! Ich muss mich mal zurückfangen, das ist nicht so langsamer. Wo seid ihr? Ach, du Sau. Wo sind sie denn? Ah, da kommen sie. Guck, guck. Oh, nein. Feiche gleich. Nicht mehr ausgab. Wenn das Bild besser nachziehen würde, dann würden wir sehen, wo man hinfährt. Drei Polizeiautos, nur. Das ist hier ein Witz. Das ist ein Witz. Von mir ist nix sicher. Oh, der kann nicht mehr lenken. Ich hab denn seine Lenke in diesem Arsch. Das Auto brennt. Geil! Fuck you! Leck die Wälder im Arsch. Das Auto ist total im Arsch. Hehehe. Hehehe. Ist ja geil. Hehehe. Hehehe. Ich find's lustig. Ja, wär schön, wenn's mal weitergehen wird. Jetzt bin ich ja schon wieder durch. Das erste beste Auto, was mir entgegen kommt, den hole ich raus. Lord, wie ist das? Jesus. Oh Gott. Wenn du den kannst, verstecken dich. Was ist这是? der nicht ich hab dich schon schließt und der nicht Was ist das? Was ist das? Wieso? So funktioniert es. Okay, alles klar. Ich habe den noch voll erwischt, Jungs. Ich glaube, die Polizei kommt. Den habe ich doch voll erwischt, Jungs. Ich glaube, die Polizei kommt. Ich verscheuze mich jetzt nicht. Was ist das überhaupt? Was blinkt denn doch? Was willst du überhaupt von mir? Lauf, 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 lauf! Ja, wir klauen uns ein Polizeiauto! Ja, Mann, jetzt machen wir es alle... Ja, so gefällt mir das. Ja, ha 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 ha! Hiha! Volle Müllzeichen, was ich hab, gell? Ja, 180 Grad Wendung und dann voll auf die 12! Ha 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 ha, du Pfeife! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Komm her! You ready? Okay! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Was wollt ihr? Jetzt wollt ich's mich auch noch einklemmen hier! Ach ne, komm! Erzähl mir nix! Ha 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 ha! Die haben geschossen, das war unfair! Das war unfair! Unfair! Ja, ich würd sagen, äh, war ja ganz lustige Runde! Ich würd sagen, wir machen dann hier ein kurzer Cut rein, aber wir nehmen weiter auf! Ich hab minus 235 Dollar! Ich hab minus 235 Dollar! Hallo! Und wenn's dann wieder heißt GTA 5! Kommt, wir verarschen die Polizei oder was weiß ich! Irgendwie! Lass mir mal irgendwas einfallen! Dass wir irgendwelche Quests machen müssen oder sowas! Zum Beispiel, äh, fortfahren und, äh, mal gucken, wieviel Leute man über den Haufen schüllen könnte, bis die Polizei aufs Gericht! Oder sowas! Keine Ahnung! Das wird mal sehen! Äh, zu gutem Schluss! Hau mal, der Tussi einfach vollends auf die 12! Ahahaha! Oh Gott! Ist so ganz dezent, ey! Oh Gott! Der wollte irgendwas von mir! Komm her, ludluge! Komm her! Komm her! Komm her! Komm herra! Wo willst den denn hin, Bubi? Wo willst den hin? Äh, wo willst den? Jaaa, nochmal so ne kleine Actionspiel! voll auf die 12 ja voll auf die 12 ja so muss es sein so also wir machen uns noch mal Spaß wir warten jetzt auf die Polizei ja ich würde sagen das machen wir definitiv noch zum Spaß wo ist es denn was wollen die überhaupt von mir Juhu Juhu das macht doch Spaß okay ich wollte eigentlich noch mitnehmen aber war leider nichts mehr ja jetzt machen wir aber definitiv eine Runde Feierabend also war doch ein Mats mäßiger Spaß also vielleicht sollten wir uns eh immer mal einen Unterschlupf suchen wo die Polizei vielleicht nur auf einer Seite reinkommt das wäre vielleicht auch mal eine Idee dass wir uns da irgendwie verschanzen und dann nehmen wir Waffengewalt und ballern alles über den Haufen was nicht nie und nachher fest ist also das wäre vielleicht auch mal eine Idee ja aber jetzt würde ich sagen das war es für heute ich hoffe ihr schauts nächste Mal rein und ich sag tschö mit dir tschau mit v und grüßt mir die Jüder nein nämlich nicht O O